mein kopf der menschen auf in der diversity 2 im survival abteil mit dem fluffix ja fisch fisch wird der salmon natürlich tropical fisch ist der seltenste fisch nein ich glaube der tropical fisch ist also der clown fisch ist zeitnah das hat er eingelegt ja nimm nimm dann kannst du schon dann bekannst du ein papier und ein paar machen ok nice hat er gibt ein pumpkin da und da kannst du so tag tag beim camp bei und eine oder hopper schon wieder clown fisch ja 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 wollte ich sagen weiß es ist ja 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 jetzt haben wir sechs oder ja kannst du selbst ein buch aus dem rober nehmen da kannst du schauen auf der dritten seite sind die sachen die wir brauchen und was wir so lustiger ist was dann die drei sind blöcke schon einmal und das vier die vier eisen wochen gott ok warte mal auf seite 3 also guck mal natürlich kriege kann ist eine salmander seltenste ist na ein will braucht man auch den enden will mohi gott und dann braucht man doch wir brauchen mal essen spitzhacke ist gut und fürs gold auch jetzt gold fürs gold ja und comparator ja ok ja ok jetzt haben wir sagen man machst du dort pumpkin payhommer golden apple mache jetzt dann gleich los haben wir noch eine vermittierte spinnenauge brauma den comparator brauma und dann und dann sorgt was wir brauchen wir brauchen und krieg alles andere ich mache ich brauche für redstone block ins in die kisten hast du eisenspitzhacke ich gehe noch drei eisen holen oder hast du genug wie viel eisen hast du im inventar nur einmal ok du hast dann einmal auch das hühnchen hat noch eingelegt kannst du es töten wenn du wirst ne das leben deine angelkünste der hunde gegen die habe ich schon ein weiter verloren und jetzt fischst du gar nichts so ich hab grad was gefischt das war schon wieder puffer fisch oder 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 paffer fisch paffer fisch paffer fisch okay paffer fisch so im mutter war gold das habe ich früher gesehen neun gold brauchen wir ja neun ja für einen goldopfel 88 tschuldigung 1 2 3 4 5 6 und eisen noch für 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 flintenstil das lustige ist das eisen im inventar das schlechte ist wieder unten in der höhle jetzt doch egal wir müssen hier unten das portal machen also wir können jeden einzelnen laber immer hochtragen aber das hat das früher sorgen soll warum laber ist weg aber das lustige ist im danschen ist laber lustig ja lustig mit die war sind wir uns eisenschwerter morgen findet er er ist ich hätte gerne schild aber gibt es nicht eisenrüstung also putzplatte für die kennt es immer noch ganz sagen ich fisch alles nur was hast du jetzt gewischt ja den raw fisch an den lachs na lachs hätte gern das lachs ist doch zusammen oder warst du es nicht ja du glaub ja womöglich ok gehen wir da jetzt weiter oben da war die eisenebene du hast ein creeper kann sein das im falschen bion fisch power river vielleicht muss ja im ocean und nicht im river fischen kleiner bastard ich weiß nicht was ich jetzt alles verloren habe aber ich habe eine menge verloren hast du auch für deine items verlieren ich konnte nichts dafür was warum aber du schlecht bist der was ich glaube das war krieg das waren vier creeper auf amtplatz machst du einfach besser die klappe ich hoffe ich hoffe das gold ist nicht weg und die äsenspitzacke genau die zwei sorgen werden wahrscheinlich so weg flogen warum fliegen die sorgen so weit weg in der version keine ahnung da unten bin ich stürben ernsthaft wow genau das was ich gesagt habe bitte ist nicht weg ist weg ich habe sechs gold ein eisenspitzacke du hast gar nichts mann die map ist cool aber das sagt gott ein bisschen den part ist nicht so den part ist nicht so toll naja warum zwei items sind wir fertig so hast du jetzt alles oben waren es fertig was oben oben bei dir bei mir ja oberwelt brauchst nichts mehr machen jetzt oder warte kurz hopper salman bitte funktioniert danke so anvil haben wir guckt salman haben wir pumpkin pie haben wir golden apple brauchen wir nachdem wir alles netto und golden apple machst du du na ich mache gar nichts mehr okay ich probiere es aber ich habe jetzt heute meine eisenspitzacke verloren das waren drei eisen und meine sechs gold schlafen schlafen kann ich nicht ich bin unten in der dungeon dann ist egal weil wir gehen sowieso ich sehe sowieso runter der dungeon ist da wo diese enderside ding hochgebaut ist da habe ich jetzt eine treppen gebaut okay kann gar nichts sehen hast du der gamma hochgestellt da ist lava ah die drücke okay war doch mal was jetzt habe ich alles verloren was ich gehabt habe ja jetzt habe ich nichts mehr nient der nada nichts hallo danschen tschüss danschen uns fallen jetzt gold gold fallt und uns fallt eisen und fallt jetzt essen also mir fallt essen das sind einfach zwei einwärts die einfach nur so rumstehen und unter und der lava quelle ja ja pass auf die lava quelle unterhalb ist da bin ich gerade durchgeflogen das ist ein einziger lava blockt oder wir hätten uns so viel eis in der sport wir haben einen will super habe ich nicht wusstet mal hat ja kannst du eine gewusst haben wir können screenshot machen über dem bogen hilft es mit die lava töten ja du hast da jetzt die lava im bruchjager in dem cola macht das was auf ich kletter mal weiter auf das gibt es noch auf die ebene wie kommt man zu einer anderen ebene das gibt es ja lauter wo hallo pass auf dass das skelett war in dem maincard ist nix drin war bin auf ebene 8 library auch 500 skelette hallo da ist exit ich will ja nix sorgen ja dann sag nix aber ich habe gerade da goldspiel sagt er mit efficiency x kriegt naja useless ja was ich weiß nicht wo es auf den unteren ebene war aber ich glaube kein gold weißt du wir brauchen nicht mal mehr redstone eigentlich aber wir müssen haben weil ich habe jetzt die redstone für keine vorte genommen man da war creeper ja ja kein problem da ist ne bibliothek brauchen wir wie irgendwas von der bibliothek nicht gell mhm warum füllen da leute an weil ich gestorben bin mhm wir brauchen halt äh lava wo ist lava weiß ich nicht super creeper kein problem esmeraldos wow die braucht kein schwein jaded die gibt mit 20% speed ah die lava hast du nicht pass auf ja du wärst halt auf die nehmen kannst probieren acht sieben sechs fünf fünf hallo endermen dein grabber block in art haltet vier drei zwei eins da gibt es ja letzte ebene ne research research facility okay das ist richtig flopsidian nice ravine overlock 2 2 was ist da ja ich hab die lava weg macht doch ich bin unten letzte ebene gibt es doch irgendwas gescheites vorletzte eben ist cool letzte ebene sand ist als ob sie dann in der wand kann man damit leichter portal machen an nach also bei allem was du willst aber ich glaub wir brauchen wir trotzdem diamanten nein nein wir brauchen nur lava ja wo willst du lava herkriegen da ist überall lava aber ich habe ich habe einen bogen und noch einen zweiten bogen einen besseren bogen und ihr habt pfeile das heißt ich bin research facility da geh grad entlang so in was für eine richtung da ist ein goldblock und ein goldblock nice nein also golderz sorry ach scheiße wie viel da freigeroben einmal äh das ist da ist extra so hin platziert so das ist ein einziger ja ja und ich habe nur Steinspiegel obwohl kann ich mehr kann ich mehr hab ich genug ich habe ich habe holz ja dann habe ich ein crafting bench table alex dann lukas ich habe das ich habe ein fast fertiges nether portal gefunden ok dann nehmen wir einfach ein bisschen lava und dann verwenden wir das du brauchst nur ein block effekt warte ich habe ähm da da halb kein essen mit bin dumm ok ähm ich komm zu dir ja ich komm mal ein bisschen druck dass du mich siehst wo ich bin aber du bist auf der untersten ebene na auf der zweiten bei dir ok ah baby zombie ich habe es aber nicht ah hallo skelett ich sehe das skelett hat ein paar lampen aktiviert da na das ist das skelett hörst du das ich bin gerade beschäftigt ok na du hast nicht gehört dass ich gerade jemanden was angetan habe boah das ist groß ok ähm da ist lava schau nur ob da wo genau bist du eigentlich wo bist du also ich bin zweiter ebene da bei diesen quads gangen ok ich bin nur in die research research facility reingangen ich sehe dich nicht wo bist du ich komm gerade zurück sehe ich deinen normalen irgendwo na doch da ich sehe dich da 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 steht No Entry da habe ich mir immer gedacht okay da muss da hinten was sein er sollte genug so war das wasser erst jetzt war jetzt war geil irgendwo dias finden jetzt war erst mal runterfallen und sterben warum ist da ein netherrack? da ist noch mehr netherrack da noch einmal, hä? warum ist da soviel netherrack? das muss jetzt irgendwie gescheit anstellen, dass du da das obsidian platzieren kannst boah, hier ist nie clever, hä? das ist ja voll der lava tempel also ich hab keine eisenmeer, keine flint du hast Bonoblaze stopp, hallo, stopp neiiiin überlebst, überlebst hab es gerade noch raus geschafft mal wie tief das naja, du musst zum survival nehmen, hä? hä? dass der modus so scheiße ist, hä? mir mag er gold, also wie kann man den modus glaube ich nicht abschließen? brauchst du boah, ich hab eine research facility bei gold erst, vielleicht ist es bei jeder ebene deiner gold erst da ich brauch dir keine spitzacke dafür, ich hab gar nichts mehr ja, ebenfalls bist du gestürmt? nein, ich hab einfach nur kein spitzacke für gold, hab ich nie gehabt aber ich ja, schön, ähnlich du bist tot maaaann, ey ja, Leute, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part wieder leider wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und Abo da, aktiviert die Qualität nicht mehr zu verpassen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft der Menschen wieder bis dann, euer PlayTV Servus